Hallihallo meine lieben PenPenFreunde, herzlich willkommen zurück in der GroovePraxis. Es ist Freitag und damit wieder Zeit für ein neues Video aus meiner Serie betreutes Trommeln. Wenn ihr das erste Mal dabei seid, empfehle ich euch, schaut mal bitte oben in den Link. Da seht ihr, was wir bisher an Videos schon gedreht haben. Und hinterlasst gerne ein Like, schreibt einen Kommentar, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Das Thema, worum es heute geht, spiele ich erst mal kurz an. Genau, wir widmen uns heute mal dem nächsten Teil, nach den ersten beiden, die wir schon gemacht haben, von dem Song New York Subway, Sam Mayer. Das ist jetzt eine Light-Version, wie man das spielen könnte. Ist natürlich nicht das, was Sam Mayer spielt, denn das kann auch nur Sam Mayer spielen. Aber ich versuche euch mal einen Handsatz zu zeigen, und zwar einen ganz einfachen, der ist eigentlich nur abwechselnd, wie ihr versuchen könnt, dieses Thema nachzuspielen. von ihm? Ja, und zwar ein bisschen. Und jetzt ganz langsam von vorne, das ist ein Auftakt, ich spiele das in Sechzehntel, Hans hat es jetzt abwechselnd, aber ihr werdet es glaube ich schon raushören. 1E und A2E und A3E und A4E und A1E und A2E und A3E und A4E und A1E und A2E und A3E und A4E und A1E und A2E und A3E und A4E und A1E. Und voran. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020